Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Witcher 2. So, wir haben uns letztes Mal mit dem Bernal Laredo unterhalten und haben damit die Quest ein unmoralisches Angebot erstmal soweit abgeschlossen. Hey, alles klar bei dir? Hä? Ach, okay, dann scheint alles klar zu sein. So, jetzt gehen wir wieder vor das Tor und sollten erstmal unsere Waffen einsammeln, bevor ich irgendwas anderes mache. Denn... Vergiss dein Eisenzeug nicht. Ja, danke für die Erinnerung. Wow, 300 XP dafür, dass ich eine Tür benutzt habe. Vielen Dank. Auch nicht schlecht. Super, ich hab wieder alles. Scheint zumindest so. Ja, die Waffen kann ich eh noch nicht werfen. Das sind alles Sachen, die ich noch verkaufen muss. Und was wollte ich noch machen? Genau, die Bomben und Fallen und hast du nicht gesehen. Vor allem die Bomben. Samom, Lähm, immobilisiert alle im Wirkungsradius. Und das war dann die Feuer. Genau. Jetzt bin ich natürlich sowas von wieder überlastet. Von daher, bla, du hattest nicht ganz recht. Ich bin noch nicht überlastet. Aber, naja, knapp. Also, ich bin jetzt erst diese Folge überlastet. Du hast ja auf die letzte Folge getippt. Da hast du wohl nicht ganz geschafft. Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. Da soll irgendwo ein Händler sein. Mal gucken, ob der auch die Nachtsübe auf hat. Das wär natürlich genial. Ja, wie heißt er denn? Was willst du denn mit denen beweisen? Ach, mysteriöser Kaufmann. Ich glaube, das ist dieser DLC-Händler. Bei dem war ich auch noch nicht. Und der soll irgendwie ganz schön krasse Sachen verkaufen, soweit ich das mal gelesen habe. Schauen wir uns das auch erstmal in Ruhe an. Äh, ja, geht so. Hui, die ist nicht übel. Wenn ich nicht schon Rabe's Rüstung hätte. Wow, schicke Runen. Davon hab ich aber auch erstmal ein paar. Handwerk? Hä? Ach, die Runen gehören auch zum Handwerk und zur Aufwertung. Alles klar. Und ein paar Schemata. Also, hm. Ich denke mal, sein Angebot ändert sich noch mit der Zeit. Aber es kann mir egal sein. Ich muss erstmal einige Dinger verkaufen. Ach, ich verkaufe erstmal hier diese ganzen Wurzeln. Aufmesser. Dann vor allem die Rüstung. Die bringen schön Geld. Und sind schön schwer. Okay, das jetzt noch nicht. Aber die Jacke der blauen Streifen. So hübsch sie sein mag, ich benutze sie nicht. Und die Rüstung des Astrogaros ebenso wenig. Seht ihr, ist doch schon mal ein bisschen besser. Und ich glaube, ich sollte mir so langsam mal überlegen, äh, mal ein paar Runen zu benutzen. Oder generell auch mal Öle. Aber ich muss ja erstmal wieder nach draußen gehen, in den Wald, um mal wieder ein paar Kämpfe zu beginnen. Bücher. Nein. 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 Davon will ich nichts mehr verkaufen. Alles klar. Okay Was mache ich denn jetzt so als erstes? Die ganzen Quests sind schon abgeschlossen Holler die Waldfähig sind doch ganz schön viele Kriegt man das gar nicht so mit Das zum Beispiel, eine Frage des Preises Habe ich eigentlich schon abgeschlossen Und deswegen hat es auch keine Questmarkierung auf der Karte Aber die ist halt abgeschlossen Sobald ich meine Belohnung von diesen Kaufleuten Dann abgeholt habe, denke ich mal Königsmörder ist wieder was anderes Wir sehen uns wieder, war die letzte Meldung von denen Tja, logischerweise auch nichts auf der Karte Probleme mit dem Troll Wo ist das eigentlich? Das möchte ich mal gerne wissen Ah, so weit ist das ja gar nicht Ansonsten Wenn ich mich nicht ganz täusche War das mit dem Kairan? Oder Ich sollte doch Hol eine Probe vom Kairangift aus dem Lara, genau Da sollte ich doch da hin Und genau Ich kann mich erinnern, dass ich Eine Kairan-Falle mal kaufen konnte Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Aber ich glaube eigentlich schon Von daher werde ich jetzt erstmal meditieren Dass wieder Tag ist Dann könnt ihr auch mal sehen, wie das mit meditieren aussieht Ah, ja genau Das sollte eigentlich hier wunderschön aussehen Das ist so ein komischer Bug Ich weiß nicht ganz genau, wodurch der ausgelöst wird Aber Ist halt leider so Das ging schnell, oder? Und schon ist es Tag Finde ich, haben die ziemlich cool gemacht Da haben sie mal ein bisschen nachgedacht Gibt es was Neues? Nein Kein neuer Steckbrief Ähm, wo will ich hin? Genau, ich will raus Dann gehen wir doch mal raus Huch Achso, die sind am Ratzen Das ist ja tolle Wächter Kein Wunder, dass Jorv wahrscheinlich hier lauter Leute einschleusen kann Hast du was zu erzählen? Nein, sieht nicht so aus Ist Chadwick da oben? Ja Weil ich glaube, von ihm konnte ich diese Falle kaufen Die ich eben erwähnte Also, der hat ja einige Fallen zum Verkauf gestellt Und danach begeben wir uns endlich mal ein wenig in den Wald Ja, mal so ein bisschen umschauen Schauen wir doch erstmal Schemas Talgarscher Winter habe ich schon Gift der Henken Drachentraum Das sind alles keine Harpienfalle Okay Mehr waren das gar nicht? Hm Aber ich erinnere mich Es gab ja noch diesen anderen Kell Da unten in seiner Hütte hinten Von dem konnte ich mir doch ebenso Fallen kaufen Also wackeln wir Mit unserem schönen Harzopf mal wieder dahin Ach, jetzt habe ich euch ganz vergessen Von Patch 1.2 Kann man Gibt jetzt auch Friseure Ja, ihr habt richtig gehört Es gibt Friseure Und Soweit ich Es richtig gelesen habe Ich bin mir gerade nicht ganz sicher Ist der Einer Gausel Dieser zottelige Buchhändler Jetzt auf Friseur Ich glaube bei ihm gab es ja noch ein paar Fallen Na Darf ich scrollen? Danke, geht doch Ne Irgendwie Ich dachte ich Hätte mal so eine Kairan-Falle Irgendwo beim Händler gesehen Äh Egal Wird schon schief gehen Ich habe auch so viele Rüstungsaufwertungen Eigentlich hinten rumgeschleppen Kann das sein? Ich habe generell Aufwertung ohne Ende Tja Soll ich mal einfach so eine Rune benutzen? Ach, noch nicht Gut Hier sind ein paar Kinder unterwegs Hier habe ich schon alles abgesucht Und ich schaue mich erstmal ein bisschen weiter um Gibt es hier was zu abstauben? Sieht nicht so aus Hier sind ein paar Fischer Ach ja Na ja Bei deinem Job wundert es mich nicht Dass überhaupt ein Tag von dir schön sein sollte Wohin so eilig? Tja, ich rette euer Dorf Dahin bin ich so eilig Ich denke mal nicht, dass du damit ein Problem hast Wo geht es denn hier so lang? Ja, schau ich mir erstmal hier hinten ein bisschen um Man fehlt doch immer ein paar Sachen Wenn man sich einfach nur ein wenig umschaut Hier sind ganz gefährliche Büsche anscheinend Die Geralt, einem ausgebildeten Monstertöter Absolut den Weg versperren Ja Warum Büsche ihn aufhalten? Das verstehe ich nicht so ganz Hier ist ein schöner großer Baum Ich denke davon werden wir noch mehr treffen In diesem Spiel Tja, das Toll Toller Wachposten Super Naja, kann ich nicht ändern Also gehen wir mal etwas tiefer in den Wald hinein Hey, was ist denn hier los? Gibt's Ärger? Ich greife mal ein Dazu habt ihr kein Recht Was ist hier los? Diese Schlampe spioniert für die Scoia-Tel Habt ihr Beweise? Was geht's dich an? Immer langsam Also Sie ist ständig bei der Garnison und umgarnt die Männer Rodrigo meint, er hätte sie flachgelegt Wer's glaubt? Hab ich aber Und das sind eure Beweise? Zwei Soldaten werden vermisst Beide wurden zuletzt mit ihr gesehen Wir haben nur gesprochen Sie gingen dann zu den Höhlen Das ist alles, was ich weiß Die Metze lügt Sie hat sie doch in irgendeine Falle gelockt Wieso untersucht ihr die Höhlen denn nicht? Na, da treibt sich so viel Dreckszeug rum Ihr seid ja echt geniale Wachen Aber ich mach das wohl Dann übernehme ich das Und ihr bezahlt mich dafür Wartet am Kai auf mich Ähm, sie haben zwar gar nicht einverstanden gesagt Aber ich denke, das heißt einverstanden Geht zur Höhle unter Flotsam Ah, Marlena Wo ist denn die Höhle unter Flotsam? Bitteschön Hä? Wo soll das denn bitte sein? Okay Naja Geh ich mal später hin, wenn ich wieder in der Stadt bin Aber ich will jetzt endlich Oh, was gibt's denn hier jetzt noch zu finden? Schon wieder was auf der Karte Ist das nur irgendein Händler? Schon wieder Oh, wie viele Händler gibt's hier eigentlich? Das ist die Anfangsstadt Da gibt's drei Milliarden Händler Anetzka Mein Medallion vibriert in deiner Nähe Das tut es nur bei Gefahr und wenn Magie im Spiel ist Vielleicht warnt es dich vor der Backpfeife, die du kriegst, wenn du mich anmachst Tja, es geht mich wohl nichts an Hör zu Auch wenn die Leute reden, ich wär eine Hexe Habe ich mit Magie nichts am Hut Du siehst nicht aus wie jemand, der einen Zauber oder Fluch braucht Dich treibt entweder die Abenteuerlust hierher Oder du bist ein Hexenjäger In beiden Fällen Ich habe weder vor, dich zu verraten Noch habe ich den Wunsch, dich nackt vor Vejopathis Altar tanzen zu sehen Frechheit Ich möchte Kräuter kaufen Kräuter? Für den Eigenbedarf Okay Die ist ja komisch drauf Kennst du dich mit Schutzamuletten aus? Mhm Wieso fragst du? Schau dir mal dieses Stück hier an Ich habe den Verdacht, dass irgendwas damit nicht stimmt Hm Es ist zweifellos Magie in ihm Ich kaufe es dir gerne ab Sie weiß bestimmt mehr darüber Ach ja, es geht gerade um das Amulett Aus der Quest Meliteles Herz Wenn ihr noch wisst, der kleine, ganz am Anfang des Spiels Den wir gesagt haben, nimm das Amulett lieber nicht und zieh dir eine Rüstung an Dieses Amulett hat ja minus 10% Rüstung oder so gehabt Was natürlich ziemlich scheiße ist Aber anscheinend weiß die mehr darüber Warum liegt dir so viel daran? Ich sammle altes Zeug Für andere ist es wertlos, für mich aber nicht Ich glaube dir nicht Du willst für ein Stück Metall zahlen, nur weil es alt ist? Ich bin dir keine Erklärung schuldig Ich bin ein Hexer Willst du einen solchen Kunden verlieren? Hm Du hast mich überzeugt Dann zur Sache Das ist kein gewöhnliches Amulett Es ist das Herz der Melitele Ein sehr mächtiges Artefakt Jedenfalls war es das einmal Ist es das nicht mehr? Es wurde verflucht Und das hat seine Wirkung verkehrt Einst schützte es seinen Träger Jetzt stürzt es ihn ins Unglück Und du willst es mir trotzdem abkaufen? Ich kenne ein Ritual, das ihm seine ursprüngliche Macht wiedergeben kann Leider sind die Ingredienzen, die man zu seiner Durchführung braucht, äußerst selten Was brauchst du? Todesessenz, eine Trollzunge, die Augen einer Krabbspinne und den Fötus einer Endriaga Vielleicht kann ich das beschaffen Tja, interessanter Kram Ah, das Ritual interessiert mich Ich möchte alles über dieses Ritual erfahren Dann frag Was braucht man zur Durchführung des Rituals? Todesessenz, eine Trollz Hatten wir schon Sag mir was über das Herz der Melitele Angeblich wurde das Amulett zur Zeit der Sphärenkonjunktion hergestellt Seinem Träger verlier es übermenschliche Fähigkeiten Das gefiel nicht allen Mit einer dunklen Kraft wurde das Amulett verflucht Es büßte seine Macht ein Okay Kannst du dieses Ritual durchführen? Zuerst musst du alle Bestandteile beschaffen Verstehe Ah, das kriege ich wohl hin Eigentlich wollte ich von... noch gucken, was sie so verkauft Genau Okay, lauter Sachen Rezepte für Alchemie, Tränke und so Wolf Höhe Treffsicherheit von Spezialattacken Kritische Effekte verursachen keine Nebeneffekte Wow Gekauft Klingt für mich ziemlich praktisch Und ansonsten lauter Sachen aus dem Wald und von Monstern und so Okay Was machst du da? Gar nichts Dich nur beklauen Veopathis? Hä? Ist das nicht... was er gerade erwähnt hat? Ein fast vergessener Gott des Pontartals Wird in bestimmten Gegenden des Waldes weiterhin angebetet, doch seine besten Zeiten sind lang vorüber Okay Also ist anscheinend wirklich sowas Ein bisschen Hexe Wenn es überhaupt geht, ein bisschen Hexe zu sein Da komme ich gar nicht ran Und da hinten ist auch noch was Ein bisschen Staub Gut Die Zeit ist schon fast wieder rum Verdammt Ich komme gar nicht dazu, dieses Spiel richtig zu genießen 15 Minuten sind immer so kurz Grausam Aber naja So ist das Leben nun mal hart und ungerecht Oder so Hast du mir was zu sagen? Mach dir erstmal das Licht aus Du bist ein Arsch Er redet gar nicht mit mir So unfreundlich Okay Und bevor mir die Zeit schon wieder das Wort abschneidet Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's play The Witcher 2 Mein Name ist Alex Bis dann